Hallo und herzlich Willkommen zurück zu FALFERSTRENDED! Meine Freunde, wir sind wieder da! Endlich! Oh Gott, oh Gott, ihr hört, seht, wie auch immer, der Ton ist noch nicht ganz optimal, wir sind ja gerade umgezogen, das heißt Schallschutz oder Hallschutz ist noch nicht ganz optimal. Ich bin scheißmäßig erkältet und ich bin scheißmäßig müde, deswegen heute nur halbe Power von mir, aber dafür haben wir trotzdem was zu tun. Erst einmal ist es mir aufgefallen. Ich glaube, ich muss vielleicht in Zukunft mit einer angeknacksten Grafikkarte, obwohl Minecraft CPU läuft, doch nur mit zwei Monitoren spielen, das macht glaube ich sehr viel mehr aus, weil guck mal, wie smooth das Ganze hier ist, das ist krass, das liegt glaube ich nur an meinem Grafikkartenproblem mit meinem anderen Fernseherbildschirm, wie auch immer. Okay, wir haben jetzt mal etwas zu erkunden und zwar diese illustren Krater dort hinten. Wir fangen mit dem ganz einfachen heute an. Ich muss mich jetzt mal wieder ganz normal reinfinden hier, habe ich meinen Beutel dabei. Oh Gott, Moment, bevor wir hier loslegen, muss ich erst, nein, muss ich erst mal mich sortieren. Ich habe ja jetzt eben nicht mehr hier reingeguckt, weil es für mich letzte Woche nur hieß packen, einpacken, auspacken, hin- und herpacken. Deswegen bin ich nur etwas Burgenwind. Aber ja, ähm, äh, das kommt hier rein, das bleibt kurzfristig hier. Und hier, nimm dies, friss, friss dies. Und du bekommst das und ich brauche meine Golden Back of Holding wieder. Golden Bag of Holding. Danke. Ach, das heißt nur noch Back of Holding, okay. Was ist da alles drin? Ist okay. Okay, okay, wir gehen den lustigen Krater da hinten jetzt mal erkunden, obwohl mir ja gesagt, dass wir den dringend mal erkunden sollten und dann machen wir das auch. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe, ich bin nur, ach, natürlich wird es jetzt gerade nach, mein Gott, wie kann man denn das so gut? What? War das eine Tasse von mir, oder war das? Ich bin verwirrt. War ich das jetzt gerade, oder war ich das jetzt nicht? Weiß ich nicht, ich. Hm. Hat man es nicht schon mal gehabt? Kann sein. Oh nein, ich muss schon wieder ließen. Ich kriege den Fall. Uuuuh. Wir gucken mal, wie gut es mir heute so läuft. Und wie lange ich so labern kann, wir gucken mal. Also, Krater, teleportieren. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Richtige Richtung. So, was haben wir denn hier? Feines. Einen riesengroßen Krater, bestehend aus Geisterung. Ja, okay. Applied Energy Sticks. Ich nehme mal, ich nehme mal an, hier sind Monster drin. Aha. So, hier gibt es noch kleinere Meteoriten. Ich buddel da jetzt mal zuerst rein. Wo kommt ihr denn her? Oh, das geht ja fix. Fix, als ich dachte. Wow. Das sind Spawner. Skeleton. Ach, deswegen. Okay, also wir sind hier drin nicht unbedingt... Luchess, sondern eher die Spawna. Kripa Spawna. Kann ja gar nicht so verkehrt sein. Also, äh... Skeleton. Nix. Oder? Kann sein. Da ist noch Bone drin. Warum ist hier Bone drin? Okay. Ach, das ist nur ein Skelett? Ach, die gibt es hier auch. Ah, cool. Äh, diese Knochenstrukturen, die ist jetzt neu. Oh, meine Kiste. Oh, Redstone Card. In Union Equals Pickaxe. Coolio. Die Kiste nehme ich auch mit. So. Noch eine Kiste. Ich sage es, dass es keine Trap-Chest ist. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ah, hier gibt es also die. Die können wir dann jetzt nutzen, wahrscheinlich, um das Ganze günstiger und automatisiert zu machen, nehme ich an. Praktisch. Und auch clever gemacht. Mein lieber Herr von und zu Map-Editor-Mensch. Ich habe vergesst, wie du heißt. Aber ja. Kiste oder Spawner? Gar nichts. Ich glaube, ich bin sicher. Okay. So. Okay, okay. Da, 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 da. Da ist noch einer. Versteckt. Nicht. Hm. Schade. Schade. Ich meine, wir hätten der große Lube sowieso in dem großen Ding hier drin. Habe ich noch kleinere vergessen? Ich glaube erst mal nicht. Ich habe auch inzwischen, ich habe auch ein bisschen gesucht gehabt, keine weitere Rakete mehr gefunden, leider. Was echt voll schade ist, weil es wäre cool, wenn ich noch mehr Raketen finden würde. Oh, hallo. Können wir hier mal... Licht machen? Habt ihr euch dabei? Ist hier unten denn Schatz drin? Stop it. Wo spawnen die denn schon? Oh Gott. Da gibt es eine Lücke. Ich glaube jetzt einfach mal auf eine Seite hier rein, mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung, wie sie darin aussieht. Vielleicht können wir auch hier mal wieder ein bisschen tricksen und uns an die Kisten ranbauen, falls es hier Kisten gibt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht großartig spawnen lassen. Ich weiß nur, dass es hier der Meteorien und das hier fett Loot gibt. Aber mehr weiß ich auch nicht. Opsch. Oh. Hallo? Okay, ich spanner es nicht gut. Nein! Deswegen! Hey, mit. Aua. Ich hasse es. Mist, ich ja. Okay, warte mal. Wir gehen mal ganz kurz nach Hause. Haha, ja, haha. Chill bei der Basis. Danke. Nom, nom, nom. Okay. Das tun wir ganz kurz weg. Das war Loot sich an hier. Vor allem die Inscriber. Äh, hä. Ein KME-Storage-Dingens. Prima. So, ähm. Ich wollte eine Magma-Torch-Baum. Mega-Torch. Ich weiß gar nicht, ob die auch bei, ähm, Spawnern wirkt. Ich würde es trotzdem gerne testen wollen. Weil ich nämlich so ein ausgefuchstes Füchschen bin. Krater. Richtige Richtung. Wir gucken mal, ob wir tricksen können. Lüpp. Äh, scheint nicht so hell. Och, du Kacke. Wow. Alles gut. Alles gut. Alles, alles gut. So, die Spawner sind weg. Äh. Da sind wohl noch überall neue Spawner. Oder andere Spawner. Oh ja, da geht es noch weiter rein. Okay. Ach, Göttchen. Wow. Okay. Ähm. Da müssen wir irgendwie uferah anders ran. Glaube ich. Ja, macht euch. Au. Ach, scheiß Vieh. Das war's. Ähm. Nope. Nope. Weg. Weg. Scheiß Zombie Awareness. Ohne Witz. Nope. Nope. Okay. Besser. Vielleicht. Es war noch ein hiervon. Gibt's aber gut, ja. Schnauze. 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 Äh. Okay. Der hat mich gesehen. Irgendwie. Guckt mich so. Doof Nase. Batsch. Batsch. Ist gar kein Go. Kann das sein? Da ist noch ein Spawner. Äh. Ihr seid noch kein One-Hit. Warum eigentlich nicht? Kein One-Hit-Wonder. Komm ich da dran? Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, wie tief es hier noch geht. Guck mal jetzt mal her. Du Nase. Da ist noch ein Spawner. Oh, Kacke. No. Uh. Okay. Au. Arsch. Au. Jetzt hört auf. Nicht so feste. Okay. Ein Spawner. Noch ein Spawner. Uh. Du hast keinen Bogen. Warum hast du keinen Bogen, du arme Sau? Was bist du nur für ein Krüppelskelett? Oh, du Bogen. Das ist auch weg. Okay. So. Die Höhle ist gesichert. Das war noch lange nicht. Alles nehme ich an. Ja. Da ist nämlich noch mehr. Hier. Ja. Um Gottes Willen. Okay. 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 Ja, ja, ja. Okay. Spawner sind so mies. Die im Scheiß verwirften immer. Ist da wat? Wie könnt ihr mich mal? So. Licht hatte ich jetzt nicht. Oh, shit. Doch, hab ich. Haha. So. Oh, ne, halt. Okay. Dann buddeln wir mal. Ups. Boah. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Licht. Äh. Wie weit muss ich wohl? Da. Da. Oh Gott. Wenn die blöden Cave Spiders nicht werden. Weil die sind das größte Problem. Weil die ja durch einmal eins große Löcher durchkommen. Und es sind echt viele, wie es sich anhört. Das nicht gut. Oh. Äh. Uh. Wow. Wow, 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 wow. Ja, aber da sag ich sowas von nicht nein. Oh Gott. Ah. No. Das ist ne. Compressed. Fuck. Nicht cool. Oh, fuck. Gar nicht cool. Meine Naseleife sind auch nicht cool. Äh. Boah. Auf dich. Noch einen. Sehr gut. Meine Nase läuft nicht so gut. Kleiner Augenblick. Okay. So. Ausgeschnüfft. Weiter geht's. Nicht cool. Nicht cool. Shit. Nein. Nicht die. Nicht die. Nicht die. Also werden sie das ansterben. Okay. Komm, schau, lass mich schlagen. Oh, fuck. Fuck. Oh, Gott. Noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Lass mich. Mein Schlag aufladen. Schlag aufladen. Ah. Au. Ach, hau, aha. Das tut weh. Okay. Ist so geht's? Ist es Gift? Please. Ist zu essen dabei? Äh. Oh, ich kann eine Karotte nehmen. Und eine Kartoffel. Und ein großes Kino, ey. Okay. Ach, komm. Lass das. Huh. Okay. Ähm. Das hat mir nicht geholfen. Aber da könnten wir noch einmal ein bisschen Nippen für den Weg legen. Äh. Ja, eher so Seemine. Äh. Okay. Au. Wo war die denn jetzt? Ach, der. Das ist das Gesicht, ey. Es ist laut hier, ey. Nope. Aber ja, Licht wäre gut. Puh. Also es ist so verdammt laut hier. Und fies. Und spinnig. Und gefällt mir gar nicht. Oh, Gott. Nicht die Spinne. Boah. Warum erwischen wir ihn auch mal direkt? Das ist unfassbar. Okay. Zumachen. Au. Okay, ich muss zurück. Ich brauche was zu essen, was anständiges. Aua. Nervensegel. Das ist aber auch so ein ewiges Gift, ne? Furchtbar. Ach, es ist auch noch Nacht. Ja. Wunderbar. Okay. Äh. Die Markbathauf hilft schon mal gar nicht, glaube ich. Obwohl, könnte auch die Spauern sein. Gut. Ab nach Harvey Haus. Gut. Wir können auch wieder schnell fliegen. Ich weiß nicht, was jetzt sich erinnert hat, dass ich plötzlich wieder schnell fliegen kann. Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist verrückt. 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 Das ist krass. Okay. Dann kommt die hier rein. Ja. Jawohl. Sehr schön. Und eine Spat. Ja. Ist doch nicht so. Das ist gut. Das heißt, man könnte einen Raum bauen und den teleportieren. Quasi. So in der Art. Äh. Ja. Also. Ich würde sagen, wir sind es ja in der nächsten Folge wieder. Da guckt man noch ein bisschen mehr rein. Was da so abgeht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.